Ubitri City und Siemens arbeiten künftig bei der Entwicklung von Lösungen und Geschäftsmodellen im Bereich der Elektromobilität zusammen. Das gaben die Unternehmen jetzt bekannt. Siemens habe hierzu kürzlich im Rahmen der aktuellen Beteiligungsrunde der Bestandsgesellschafter einen Teil des Berliner Unternehmens übernommen. Ubitri City ist Anbieter für intelligente Lade- und Abrechnungslösungen und ermöglicht über eine digitale Plattform neue Geschäftsmodelle im Bereich der Energiedienstleistungen für die Elektromobilität. Siemens gehört mit seiner Division Energiemanagement zu den weltweit führenden Anbietern von Produkten, Systemen und Lösungen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie.